Hallo und herzlich willkommen bei Elektrofahrrad24. Steht ihr auf Siegertypen? Falls ja, dann ist das Fahrrad, was hinter mir steht, vielleicht was für euch. Das ist das KTM Machinatur CX610, das Topmodell der Tour-Modellreihe. Und die hat in den letzten Jahren Testsiege abgeräumt, Bestnoten bekommen bei diversen Magazinen. Einfach bewiesen, dass Trekking-E-Bike und KTM perfekt zueinander passt. Das ist quasi eine Kernkompetenz des Herstellers. Trekking-E-Bikes ist da gefederte Geschichte. Also ihr braucht Fahrkomfort, ihr wollt ja lange unterwegs sein. Ihr braucht eine geländetaugliche Ausstattung, weil es geht nicht immer auf der Straße einher. Und ja, so ein richtig guter Antrieb mit einem kräftigen Motor ist auch immer von Vorteil. All das bietet das Fahrrad hinter mir und wir gehen jetzt einfach mal auf ein paar Details näher drauf ein. Lasst uns anfangen beim Fahrkomfort. Der wird maßgeblich geprägt hier von der Federgabel. Ist ein Modell von SR-Suntour, die NCX32D. Bietet euch immerhin einen moderaten Federweg von 63 mm. Zur Federung gehört auch oder zum Federsystem die gefederte Sattelstütze, die ihr an dem Modell hier habt. Außerdem gibt es mit dem verstellbaren Vorbau relativ viele Optionen, dass ihr eure Sitzposition optimieren könnt. Auch das ist ja, gerade wenn ein längerer Tag auf dem Fahrrad ist, ist es besonders richtig. Hier könnt ihr also nochmal so über den Winkel eure Position im Oberkörper einstellen. An sich ist dieser Rahmen aber auch so konzipiert, dass ihr schon schön aufrecht sitzt und eher auf der bequemeren Seite unterwegs seid. Wer es aber, wie gesagt, eben ein bisschen sportlich möchte, der dreht den Vorbau ein Stückchen weiter nach vorn. Dann kommt er ein bisschen runter vom Oberkörper, seid ein bisschen aerodynamischer sozusagen und geht es ein bisschen schneller daher. Zum Fahrkomfort sind natürlich auch die Reifen. KTM verbaut hier ein Modell von Continental. Das ist 50 Millimeter breit und vom Profil her so, dass ihr in der Mitte eine ganz gute Lauffläche habt, die gut auf dem Asphalt geht. Und an der Seite wird es ein bisschen mit so einem Diamantmuster ein bisschen profiliger. Das heißt, da habt ihr dann auch Grip, wenn ihr auf einem Weltweg, auf einem Wiesenweg, auf irgendwas, was eben nicht Asphalt ist, unterwegs seid. Das Modell hier ist schon eines mit dem Smart System von Bosch. Das heißt, als Motor ist hier der Performance Line CX mit seinen 85 Newtonmetern an Drehmoment verbaut. Bedieneinheit ist die LED Remote. Über die habt ihr Zugriff auf das Intuvia 100, was hier verbaut ist. Das ist das Display ein bisschen einfacher gehalten, dafür kabellos. Es gibt euch immer die Option zu entscheiden, wollt ihr eigentlich mit Display fahren oder ohne. Wenn ihr ohne fahren wollt, ist das zum Beispiel ganz einfach abmontiert. Hier im Unterrohr steckt der Powertube 625 drin. Wie der Name schon sagt, 625 Wattstunden an Kapazität. Da kommt er je nach Profil und Wetterlage, Reifen, ihr wisst schon, was ich meine. Aber kommt er so an die 100 Kilometer eigentlich locker ran. Was für so ein Tracking-Byte auf jeden Fall notwendig ist, aber was es eben auch mitbringt. Zum Stehen bringen euch einfache Bremsen von Shimano. Die haben zwei Bremskolken, das ist absolut ausreichend. Die Bremsscheiben messen 180 Millimeter vorn, 160 Millimeter hinten. KTM kombiniert das Fahrrad auch mit einer Schaltung von Shimano. Es ist eine einfache Dior, aber das ist vollkommen ausreichend. Ihr habt zehn Gänge hinten auf der Kassette. Da ist auch der passende dabei, wenn es mal länger bergauf geht, dass ihr dann eine angenehme Übersetzung findet und auch mal ein bisschen länger berganstribbeln könnt. Wie es sich gehört, ist das Fahrrad hier komplett ausgestattet. Das heißt, ihr habt einen Fahrradständer. Ihr habt richtig breite Schutzbleche, die auch ordentlich Schmutz abhalten. Ihr habt einen richtig massiven Gepäckträger. Der verträgt 25 Kilogramm an Zuladung. Das heißt, ihr könnt auch schön wirklich mit Gepäcktaschen fahren, die ordentlich vollpacken. Da geht einiges drauf. Es ist eine Lichtanlage von Busch & Müller installiert. Seid ihr im Alltag immer sicher unterwegs. Und ihr seid eben nicht nur gebunden oder ihr seid bestens vorbereitet, nicht nur für die Tour, sondern seid eben auch immer sicher im Straßenverkehr unterwegs und könnt mit dem Bike ganz normal auch eure Alltagswege bestreiten. Also das ist halt das Schöne bei so einem Trekkingbike. Ihr könnt damit Ausflüge machen, aber das bewährt sich natürlich genauso gut in der Stadt. Für das Video haben wir uns das KTM Makinatur CX610 als Tiefeinsteiger mal geschnappt. Ihr habt aber hier natürlich auch noch andere Rahmenformen. Es gibt einen Diamantrahmen und einen Trapezrahmen. Das heißt, schon mal drei Rahmenformen zur Auswahl. Je nach Rahmenform gibt es unterschiedlich viele Rahmengrößen zur Auswahl. Auf der Suche nach der richtigen Rahmengröße hilft euch gerne auch unser Kundenservice. Deswegen, wenn ihr auf unserem Shop unterwegs seid und da nach dem passenden Modell sucht, schickt uns einfach eine Mail oder wie auch immer, lasst uns eine Nachricht zukommen. Wir helfen euch da gerne weiter. Das Fahrrad wiegt an sich übrigens so 26, 27 Kilogramm und das maximale Systemgewicht beträgt 146 Kilogramm. Wenn das was für euch ist, wie gesagt, wir haben es im Angebot. Öfter auch mal zum attraktiven, bisschen gesenkten Preis. Schaut mal nach, was da gerade vielleicht aufgerufen wird. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, zum Beispiel zu Trekkingbikes oder zu anderen E-Bikes, dann abonniert am besten den Kanal. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Radfahren. Vielleicht künftig mit dem Bike hier hinter mir, wie auch immer. Viel Spaß, passt euch auf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann.